hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach den Ticket und heute habe ich das Spiel Shop Titans Blum 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 dahinter ich habe es gerade schon runtergeladen da muss ich nicht um einen Cut machen dann geht das bisschen schneller mit den aufnehmen und mit der Bearbeitung so ich habe schon mal was davon gelesen mit dem Shop ich muss ein Geschäft aufmachen mit dem Geschäft muss dann Sachen anlocken die dann Sachen kaufen wollen aussehen ich bleibe weiß habe rot Kein Bart Augen Grün Das sind meine Und Sachen Was habe ich jetzt noch was blaues Ach das ist ja eine Mütze Ich habe keine Mütze Scheiße Ach da Können wir weg machen Was ist denn eine Hose Eine graue Hose Gerade mal nachgeschaut So Was ist das Ach so Ich kann sagen das ist mein T-Shirt Ich habe ein graues T-Shirt und eine blaue Jacke an So ungefähr sehe ich heute aus Gut Jetzt spiel mal Mein Name Ist Brett Dort Wo willst du denn hin Ach schon wieder Darf ich mal gespannt wie das wird Mit dem Geschäft Lefst Okay Okay Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sieht doch echt ganz nett aus, das Spiel. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist mein Geschäft. Und das ist die ganz große Stadt. Hier sind schon 1, 2, 5 Verkäufer sind hier. Das ist mein Charakterziel. Ich habe 480 Gold. Ich verkaufe alles, egal wie teuer aussehen. Der Boden, der Boden bleibt Holzboden. So ein paar Kettboden kann ich nicht machen. Möbel, das habe ich. Eisenspiele habe ich. Ich habe gar nicht so viel Gold. Also ich könnte nur ein normalen Tisch bauen und ein Regal. Erweiterung kostet 3.000 Euro kostet 3.000 Euro kostet 3.000 Euro kostet 3.000 Euro. Mit Gold kaufen. 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 Etwas. Ich brauche Schwerte. Und habe ich Schwerte. So, ich habe gerade schon gesehen, wir haben es geschafft, wir sind fertig, wir wollen auch schnell meinen. Ist der König da? Brauchen wir nicht. So, ich habe gerade schon mal ein paar Worte. Jetzt, ich würde sagen, das war's denn für heute erst mal. Zehn Diamanten. Na, jetzt komme ich gerade hier nicht weg. Noch ein Charakter. Okay. 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 komm doch hier schnäller schnäller verkaufen verkaufen ich muss noch was herstellen das herstellen Das war's. Das kann ich noch verkaufen, das kann ich verkaufen. Achtmal. Hallo. Warte. 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 Ich möchte auch den ein 8 mal hier machen. ich habe jetzt ein lager fünf stück noch drei stück fehlen komm 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 6 verkaufen verkaufen ok den einmal bauen und den einmal bauen zwei arbeiter ok 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 ich würde sagen das war es jetzt für heute ich führe mir jetzt schnell noch mein ticket ab ganz schön stressig so verkaufsgeschäft ja ja so ticket abholen oder weihnachtsmann ticket abgeholt dafür zuschauen ich freue mich noch nicht so viel spaß